Herzlich willkommen! Heute haben wir eine besondere Auswahl für euch, eine Mischung aus Produkten, die ihr nicht verpassen dürft. Bleiben Sie dran, denn gleich nach dem Titelsong werde ich Ihnen einige neue Produkte zeigen, die vielleicht genau das Richtige für Sie sind. Nummer 3. Dieses Mountainbike eignet sich dank seiner hohen Stabilität und Ausdauer sowohl für die Bewältigung anspruchsvoller Offroad-Parcours als auch für angenehme Fahrten in der Stadt. Die hydraulischen Scheibenbremsen bieten eine hervorragende Bremsleistung, während die Hinterradfederung es Ihnen ermöglicht, auch das unwegsamste Gelände mit Leichtigkeit zu bewältigen. Außerdem ist die Shimano-Schaltung präzise und leichtgängig, was die Fahrt noch angenehmer macht. All diese Details machen es zu einem vielseitigen Fahrrad, das für alle Arten von Radfahrern geeignet ist, vom Anfänger bis zum Experten. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 2. Die Federung ist großartig und wird Ihnen das Gefühl geben, zu fliegen. Darüber hinaus ist es mit hydraulischen Scheibenbremsen ausgestattet, die Ihnen in jeder Situation große Sicherheit bieten. Es besteht kein Zweifel, dass dieses Mountainbike eine ausgezeichnete Wahl für Outdoor-Abenteuer-Enthusiasten ist, die eine hohe Leistung suchen. Es ist nicht nur perfekt für Bergpfade, sondern auch für die Straßen der Stadt geeignet. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt. Nummer 1. Dank der 21-Gang-Schaltung von Shimano können Sie alle Arten von Trails problemlos und ohne übermäßige Anstrengung bewältigen. Die Allterrain-Reifen geben dem Mountainbike zudem ein Plus an Sicherheit. Zudem ist der Preis günstig und für alle Radbegeisterten erschwinglich. Das Mountainbike im sportlichen Design zieht mit seiner attraktiven und harmonischen Linienführung alle Blicke auf sich. Aber es ist nicht nur eine Frage der Schönheit, denn an Qualität mangelt es bei diesem Produkt sicher nicht. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung finden.